hallo hier ist martin von money monkeys das ist die dagste analyse für donnerstag den 16.29.2024 und unsere miese die ist hier nicht weitergekommen am mittwoch deutlich auch mit abwärts wieder zurückgepresst worden in die alten schranken in das alte gitter die 2000 analyse freunde das titelbild nummer 2000 ist das jetzt hey champagne ein kleines feuerwerk ja bei kann man sagen 250 börsentagen pro jahr heißt das acht jahre jetzt die soße hier acht ganze jahre jeden tag den lümmel bewerten und durchgucken das interessante ist manchmal wenn man sich die analysen von damals anhört da war das ein anderes trading tool da war hier das eine andere da das anders aber der dax hat immer noch genau die gleiche soße gemacht wie er sie momentan macht und sich auch ähnlich bewegt und immer wieder die gleichen marotten an den tag gelegt ja das hat sich insofern nicht geändert die eine oder andere einstellung bei mir hat sich vielleicht geändert auch die chartperspektive dadurch dass mit trading nutzen damals war es ig pro realtime gewesen naja ja auf die nächsten acht runde wir haben gestern gesagt dass unser dax ja herzlichen glückwunsch konnte keiner nutzen ja unter 690 für die tendenz kriegen würde in die 880 rein und das war so dann nicht mehr ab trade bar habe aber auch wirklich absolut gar nicht mit so einem derartigen abwärtscap gerechnet ganz im gegenteil ja sogar diese ruhe dieses rumgeliege zur seite diese klassischen seitwärtstage sind ja eher tage die dann nach oben sich auflösen so hat man es gestern auch gesagt von daher kam es schon ein bisschen überraschend was dann weniger überraschend war war wie er sich unten verhalten hat er ist dann auf die 880 860 aufgeschlagen und hat dann direkt angefangen hoch zu zucken dann neues tiefgesetz auch wieder direkt hochgezockt noch mal und wieder hochgezockt haben wir dann schon im update bei uns im verteiler umgeschickt also der macht das bestimmt wieder hoch in die 49 960 dann kam er da hoch dann ging er 11 30 runter da wollte unsere lisa dann shorted along ja sie wollte short und da habe ich gesagt boah nee genau auf der 880 das machen wir nicht der zockt bestimmt von hier auf 960 zack ist er hoch auf 960 und mehr hat er nicht gemacht ja also das hat sich hier wirklich nur an so lulli marken ab bemüht und kassischen seitwärtstag einfach eingestellt ja also da war nicht mehr selbst der gap los das wäre nur auch kein zauber gewesen den jetzt einfach noch zu bedienen hatte nicht gemacht aber hat eine grüne tageskerze gestellt und das ist als signalwirkung hier wichtig weil wir stehen immer noch mit einer grünen tageskerze außerhalb vom abwärtstrend und halten demzufolge nach mal ganz einfach gesagt oberhalb des tageschluss dieser tageskerze aufwärtspotenzial ja so blöd das klingt aber man ist ja außerhalb des aufwärts abwärtstrends hat keinen aktiven abwärtstrend mehr vorliegen außer hier vielleicht intraday jetzt aus dem vortag was rausgezogen ist und könnte deswegen oberhalb von 920 relativ problemlos auch ein neues verlaufs hoch reindrücken ja weil er ist im aufwärtstrend im aktiven und deswegen würde ich hier sagen bei grünen stundenkerzen aufwärts gibt es was auch immer alles was oberhalb von 920 irgendwie nach oben drückt hat die chance weiter zu machen 950 und eben auch mehr nicht 59 sondern 19.050 anzulaufen also das letzte allzeithoch und können noch mal in zwei stunden chart reingucken ob man da noch andere marken hatten hat man dann auch die 19.1 20 19.1 50 wäre dann oberhalb der 19.50 die nächste das könnte durchaus alles anlaufen was er auch gerne macht sind hier so eine oberkanten von diesen bollinger bändern dass er da sich noch mal dran rum rubbelt das ist jetzt hier so knapp 1990 oft auch ein paar punkte reaktionen dann rauszulocken ist total unlogisch weiß aber passiert halt ja dem einfach so hin ist so ist so markt gesetzt die sollte man vielleicht ein bisschen mit dem blick haben ja 1986 wäre das in dem drehraum also 1950 und 86 19.1 20 19.1 50 da sind so nächste station wenn er über 19 21 entschuldigung zwischen jetzt muss ich wieder mit 1000 abpassen wobei von 18.920 aufwärts treibt grüne stundenkerzen setzt dann kann er dort anschließen übrigens das war vor acht jahren auch schon so war die tausender durchgedreht zumindest nicht vor acht jahren vielleicht aber sieben sechs jahren macht das bestimmt schon dass ich immer einen pummelischen kriege wenn wir über 1000 darüber springen und dann immer die tausender verdreht ja da kriege ich auch nicht mehr raus egal wie viel mühe ich mir gebe dass das jetzt irgendwie so wie zum markenzeichen geworden zum ungewollten markenzeichen ja sollte er nicht über 29 nach oben treiben kurz stundenkerzen setzen wäre von der bewegungsfolge hier wie wir es hier haben jetzt quasi noch mal das was wir jetzt haben zu sehen also eine schnelle bewegung nach unten die uns jetzt hier erst mal unter dieses tief stellt in bereich um 1800 rein dann können das gleich wieder ansetzen würde dann das hier so eine dritte seitwärts weiß ich gar nicht wie man das bezeichnen soll hat kaufen ich weiß es nicht was das hier sein soll den dritten haufen hier unten hinsetzen also irgendwie so zwischen die 800 und die 850 ja vielleicht kommt ja wieder ein abwärts gibt das jetzt nicht woher es nehmen soll aber ja so im bereich 850 800 wäre dann da noch mal so eine range möglich wie wir jetzt am dienstag und am mittwoch hatten ich würde aber grundsätzlich alles was so an umkehrsignalen von 800 weggeht also auch grünen stundenkerzen dann vielleicht sogar auch für den long noch mal nutzen ja in der vermutung dass er sich einfach wie die letzten tage von 9 tiefs immer wieder nach oben drückt also sollte hier runter gehen nicht über 920 raus starten sondern eher nach unten taumeln würde ich damit rechnen dass wir richtung 800 auf laufen um das klar und deutlich zu sagen ja also für mich ist die bedingung für weiteres aufwärts dass wir oberhalb der 920 arbeiten grüne stundenkerzen liefern dann dann gebt los hier ja 9 18 990 dann 1950 dann diese 1986 dann 1920 19 51 ja also stück für stück wenn er über diese 18 9 20 rumfummelt tut er das nicht startet hier ein bisschen schwächer rein vielleicht sogar unter eine 18 880 sehe ich diese 18 1800 kommen das wäre dann eben eine schöne marke um noch mal hoch zu drehen sofern er dort grüne stundenkerzen setzt hat er die chance komplett wieder in den mittwoch wieder rein zu laufen ja also auch das gäbe dann zu schließen sofern er denn nicht an der 18 50 dann sich verkeilt und hier dieses seitwärts muss dann noch mal macht also zwischen 18 100 und 18 50 alles was tiefer geht seht ansonsten jetzt hier die trendlinie die liegt 57 leitende durchschnitt dann im bereich um 700 ich glaube auch dann so dieses knapp über die 700 das wäre dann die nächste anlaufstation ja also könnte mir gar nicht vorstellen dass es so gravierend jetzt von dieser 57 dann reagiert eher die 700 so dass man sagen können 800 und 700 sind nächsten großen marken auf der unterseite aber wie gesagt tag ist kürze grün hat wieder schwächer reingebracht wenn auch ein bisschen überraschend hat sie aber gut ausgeglichen gekriegt hinten raus definitiv nicht gut viel zug drauf gehabt ja da bin ich bei allen dabei die das sagen aber da kam doch gar nichts hoch aber das ist in bullenphasen einfach so das ist so das ist die halten den einfach nur stabil und ruhig weil sie sagen okay das reicht uns die schwäche ist ausgekontert die marktteilnehmer sehen dass die schwäche ausgekontert ist das heißt wir brauchen jetzt hier erstmal nicht viel mehr engagement zeigen der markt wird sich jetzt weiter nach oben bewegen so gehen die großen daran halten und deswegen sieht der chart dann so aus wie er aussieht und die regel ist eben dass er dann doch tatsächlich weiter nach oben steigt ja und deswegen würde ich das jetzt erstmal als der hauptantrieb hier nehmen sofern wir den über 29 nach oben drücken gehen ja das soll es dazu auch dann sein wünsche euch viel erfolg zum donnerstag gutes gelingen schaut ein bisschen auf die stundenkerzen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss